schönen guten tag herr brauer schön dass sie den weg hier nach hamburg gefunden haben was führte sie denn überhaupt nach hamburg ja wir führen ja einmal jährlich eine sogenannte qualitätskontrolle durch eine prüfung und diesmal waren sie selber dran die firma hsp und deshalb bin ich hier in hamburg ja und was waren die schwerpunkte dieser prüfung ja sozialversicherungsrecht und in diesem jahr insbesondere das thema unfallversicherung der die stammdaten abfrage und der digitale lohnachweis ja und ich erinnere mich flexirente und auch insolvenz und wir haben doch schon einiges durchgespielt wie ist denn die prüfung verlaufen die prüfung ist sehr positiv verlaufen es gab keine großartigen qualitätsmängel also alles im grünen bereich prima und was meinen sie wie sieht es in der zukunft aus ja mit dem mitarbeiterpotenzial dass ich zumindest gestern kennengelernt habe wenn das so bleibt beziehungsweise vielleicht sogar noch verstärkt wird sich die firma hsp mit guten aussichten das freut mich dass sie sich die zeit genommen haben und ein paar kurze fragen zu beantworten und freue mich auf den nächsten besuch bei uns im hause wunderbar danke wir lassen sie nicht im dunkeln stehen software innovation made in germany